Wer rennt denn da nach hinten raus? Ey, das war irgendwie nicht so klug rauszugehen, glaube ich. Alter, das war nicht so klug, das war nicht so klug. Gewaltverhältigung. Oh, da hinten kommt ein Auto! Was ist denn ein Mongo-Auto? Ich treffe einfach nicht. Der kommt auf jeden Fall dick aus dem Maul. Da kommt noch eins. Der ist immer klug, frontal in bewaffnete Leute reinzufahren. Mach ich auch immer. Ich hab irgendwie 2-3 getötet. Ja, krass, wie gut ich bin. Alter. Die schicken uns immer weniger zum Abschließen. Oh, Schauschen, das ist ein Gewehr. Das ist doch voll scheiße. Ich hätte ja gerne so eine Rüstung. Und hab eine Rüstung genommen. Oh, Kampfgewehr. Kampfgewehr. Granaten hab ich. Grenades. Ich hab' ich geil. Ich hab' Granatien. Und Grenades. Grenadinen. Na komm her, du kleine Redneck. Bist du tot, wa? Ich geh' wieder in meine schöne Halle. Nach Halle, oder was? Ich hab' einfach mal nur noch 47 Schuss. Ja, das ist ja nicht so gut. In Sachsen. Hast du noch die Pistole? Alles safe. Ja. Mach' ich damit. Die Minigans mach' ich damit auch fertig. Ist gar kein Problem. Da kommt ein Auto, Georg. Oh, die Schnecke. Der hat ja schon voll den Autopark hier draußen. Also wenn wir fertig sind, machen wir das. Ähm, da kommen ganz schön viele, ne? Oh! Deine Mutter, ey. Weißt du, ich nehm' die Seite und ihr die andere. Aber meine Munition ist gleich leer. Also, ne? Also, musst du das wohl Mittag. Bist du bescheid. Also, können wir mich mal einfach. Ja. Tod bist du, Arschloch. Tod. Wenn du Hilfe brauchst, interessiert uns eh nicht. Also. Fuck you, einfach. Wieso kriegst du mal nicht jeden Spaß, die was geil ist? Das ist voll unfair. Alter. Wo sind die andere Dödel eigentlich? Ist der tot? Oder ist der weg? Einfach selbstbewusst. Und die können mir gar nix. Mit seinem Selbstbewusstsein tötest du sie. Oh Gott, Georg. Was machst du da für ne Scheiße? Ne Auto in Brand setzen, damit er echt explodiert und alles draußen explodiert. Die haben ganz schön dicke Ballermänner. Das war auf jeden Fall wie im Zirkus. Alter, was schießt denn der so um die Ecke? Da lobt er sich eigentlich. Die einfach beschossen. Beschossen. Mit seiner Kanone. Mit seiner gigantischen Kanone. Ich hole dir auch gleich mal meine Kanone raus. Hier hast du noch. Der ist tot. Ja, Wander, jetzt bleib doch mal fertig hier. Was ist denn hier los? Meine Fresse. Bringst du alle um. Wie gut ist. Ich hab die Sofne keinen getötet, ey. Ich hab die Sofne getötet, ey. Ich hab die Sofne getötet, ey. Oh, Warren, du bist so blöd, ey. Ich hab die Granate gegen deinen Kopf geschmissen. Ja. Ich kann's einfach. Ey, du bist so blöd, ey. Du bist so blöd. Da war doch gar kein Gegner mehr. Wo hast du ihn hingeworfen, Spasti? Ich bin tot. Ja, ist natürlich doof. Du bist so blöd, ne? Warum bringst du dich auch selbst mit einer Granate? Warum rennst du da direkt in mein Sichtfeld rein? Weiß ich nicht. Was machst du mit deinem Sichtfeld auf meinen Körper, ey? Irgendwann, Spasti. Ich renne so einfach raus. Fahr ihn hin, die Bastarde. Hallo, Leute. Ja, es wäre egal, ey. Fahr doch hin wie ihr wollt, ey. Locken wir euch da raus. Bestimmt sogar. Weil die voll klug sind. Hey, meine Süßen. Was läuft denn? Alter, wäre der 6. Gar kein Problem. Boah, ich bin voll das Tier. Ich töte einfach in den letzten Runden einfach gar kein mehr. Weil ich einfach nur nachschille nebenbei Fußball gucke und mir dann einen Schleuder. Das war MG sein, sowas. Fußball ist cool. Boah. Nicht, als ob mich das interessieren würde, aber... Wolltest du eine Konversation aufbauen, ne? Ja, ich wollte mir ein bisschen anfangen, Smalltalk mit dir zu führen. Weil du mich cool finden. Und wir gehen. Weil du mich cool finden. Ey, weiß voll cool, ey. Wie geht's dir so? Und was machst du gerade? Ich finde dich auch voll süß, Georg, ne? Voll witzig finde ich dich. Also, ich liege ja gar nicht auf dem Bett. Haha, wie der? Oh, ich liege ja nicht im Spaß. Guck mal, die Sonne geht unter, Georg. Wollen wir jetzt dich küssen? Da hättest du jetzt sein Help auf, eventuell. Wenn ich mal einen Schutz dran hätte, ne? Ja. Ey, bei dir kommen richtig viele, ne? Ah, das ist doch Quatsch. Nix kann nicht. Warum rennt dieser eine Spaß hier eigentlich immer die ganze Zeit da draußen raus? Also, der steht da so mitten auf dem Platz und schießt in alle Richtungen, ne? Weil das einfach die einzige Lösung ist. Ja, und bei euch so? Was geht so? Warte mal, hier. Ja. Ich wichs hier mal so ein bisschen rum, wa? Alles safe. Erstmal ein bisschen wichsen. Das interessiert euch nicht mal. Der macht dir einfach ein Schweinegesicht. Weil er da steht. Da erinnert dich an deine Säckung, ne? Deine Seite. Meine Säckung. Deine Säckung. Ja. Meine Säckung, ey, die ist schon gigantisch auf jeden Fall. Ja, da kommt, Alter. Wieso kriegst du denn hier ein paar Wicken-Kerl? Alter, wie der einfach mal weggepustet wird mit dem Ding. Auf jeden Fall kein Luftrauber. Was sind die denn, Alter? Da! Rednecks! Endlich. Endlich Kanonenfutter. Alter, die kommen hier aber auch ganz schön rabiat rein, ey. Alter! Alter, Junge! Ich glaub, ich hab hier ein Problem. Was ist denn das jetzt gewesen? Frag am besten, geil. Der Hubschrauber hat umgebracht, der Typ. Alter, der Typ ist immer gar nicht so behindert, wie er aussieht. Na doch! Sicher? Ja. Ich schreib mal ganz kurz, mach mal das Ding. Ach, was hast du? Weiß ich nicht, der hat seine Roden an oder so. Ich sehe schon dieses kleine Mädchen, was er im Keller gesperrt hat. Namens Ellen Page. Als Kind? Ja. Hast du bestimmt aus diesem virtuellen Videospiel rausgezogen. Weil du so ein Hacker bist. Rausgepatcht, ja. Rausgepatcht! Er hat ihn bestimmt entführt, aber er wollte jetzt kleines Mädchen. Und deswegen hat er ihr die Füße abgeschnitten. Gott, ey. Das war schon nicht so gut. Ich bin Pascal. Ich laber mal wieder gar kein Kumpel. Ich hab bestimmt wieder eingetötet oder so. Ich schuck die ganze Zeit einfach nur Fußball. Und hab heute die ganze Scheiß machen. Und dann, wenn es leck ich mir auch, das geht einfach weg. Alter. Da fehlte Panzerfaust. Oh, Granatwärts haben wir nicht. Granatwärts haben wir nicht. Ich hab ja keine Munition mehr. Das ist doch ein Skandal. Da hab ich Munition. Fußball, weil ich ein Spasti bin. Alter, Georg, ich hasse dich. Du hast genau vor meinen Augen die scheiß Weste genommen. Alter! Wie bin ich denn jetzt einfach mal instant tot? Du bist doch hier bei mir, Leute. Ja, aber die haben mir einfach mal 90% meiner Power weggeschossen. Geil. Er ist meine Maske auf. Aber er ist Maske auf. Er wollte mal sein wahres Wesen zum Vorschein bringen. Er wird gerade ein Blaustenbuch holen. Ey, äh, René? Ja? Ich sag noch, es sind ganz schön viele Leute gerade einfach in der Halle gewesen. Pascal, jetzt ziehen wir noch den Helm über. Zieh mal noch den Helm über, dass du die bis dahinter hast. Ey, das geht? Ja. Ey, das geht bestimmt nicht. Ich hab aber jetzt wieder eine Glatze, weil ich ein Spasti bin. Oh ne, ich glaub das wird rausgepatcht. Was? Oh man. Alles, was Spaß macht, wird ja auch rausgepatcht. So ist das. Ja. Du kannst noch ne Maske aufhaben und dazu noch den Auto. Komm, Auto. Wenn das da ein Auto kommt, wolltest du mit der Halle sprechen? Kann ich nicht weiter auf die Sache gehen? Nein. Gut, hör auf. Ey, irgendwie sind überall Gegner, aber irgendwie greift uns gar keiner an. Was sind das? Diese fetten Schweine halten aber auch viel aus, ey. Ja. Das ist doch voll die Klonarmee, die müssen doch irgendwo herkommen. Ja, die kommen aus, äh. Alter, ganz viele Crystal Meth-Huren hinten. Alter Junge, wie die hier rein stürmen. Okay. Das ist jetzt nicht so gut, wa? Das geht eigentlich nicht. Ich find das ja jetzt nicht so safe. Alter Junge, ich, äh. Ah, Feuer, äh. Nee, kann nicht sterben, halt mir so einen Roller auf. Ich bin einfach zu cool zum sterben. Jetzt lässt du es einfach, weil ich schon den Headshot kriege. So allein wenn er umfallen soll. Nee. Das geht nämlich gar nicht. Was steckt dich dahinter? Was steckt dich dahinter? Was steckt dich dahinter? Sammeln doch das Ding sein, das Hilf-Pack. Wo ist denn das? Das Hilf-Pack. Draußen. Ja, da muss ich ja rausgehen, bin ich dumm. Und jetzt schläft er deswegen. Nee, nee, nee. Alles safe. Oh, yeah. Da ist ja im grünen Bereich. Da kommen ja auch nur 25 Autos gerade, das ist gar kein Problem. Hab ich irgendwie Granaten oder so? Nö, ich hab gar nichts. Ist schon okay. What the fuck? Okay, der hat sich da wohl gerade drum gekümmert. Wollte ich mir jetzt doch das Heiß-Pack? Nein, das brauche ich ja gar nicht mehr. Ich bin draußen, hol's dir. Bei uns nicht. Ich laufe ja mal so rum. Der rennt da draußen aber auch rum. Ja, das Geld hat ganz schön dicke Balls, ey. Wir gehen mit einer Nacht einfach hinter dir, ne? The fuck? Ich hab mir doch die Eier, ey. Auf der Karte, guck doch. Ey, das ist gar nicht in den Chat hat einer geschrieben. Das sind beides coole Mannschaften. Ich glaub, das hat auch viel weiter. Er hat geschrieben. Das sind beides coole Mannschaften. Ach ja, Fußball interessiert mich einen Scheiß. Ja, deine Mutter interessiert mich auch einen Scheiß. That's correct. Seine Wolle, Alter. Kann ich ja gar nicht verstehen. Die ist super. Boah, hier, dicke MG. Haftbomben? Haftbefehle? Dein Wetterhaft. Dein Wetterhaft. Dein Wetterhaft. Hält bei jedem Wetter, wa? Oh! Alter, wir machen hier bis Runde 10, ey. Nein, ich glaub, da läuft dieser Pisskopf. Minigun auf. Bis er mit dieser Pisskopf. Ah. Oh scheiß, das ist schon die neunte Runde. Ich glaub, die laufen jetzt. Pfff. Alter. Erstmal reinlaufen. Ey, wo sind überhaupt meine ganzen Deckungen hin? Die sind ja einfach mal voll weg. Ah! Das hab ich ja auch grad so genannt. Was ist los, Qualle? Wo hast du das probiert? Wow, denk das nicht. Dann wär ich fast gestorben, als ich wieder reingerannt bin. Ey, ihr müsst aufpassen, ne? Diese Ficker rennen hier einfach rein. Ey, Georg. Warum mit Miniguns? Vergiss nicht, dass man einfach so wenig rüberschießen kann. Hau! Alter, wir hatten nämlich getroffen, ey! Ich weiß, dass man auch ohne 10 Rauchgang hat. Diese Sturmschuhe. Seht gut. Oh, was geht? Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Hinter uns? Ja, ich denk. Alter, der hat eine Minigun, der hat eine Minigun. Oh, Alter. Geil. Alter, der hat einen Rebel zu haben, wa? Oh! Alter, der ist gestorben. Alter, der hat einen Schreibtisch verschnitten. Ah, Pascal. Geil. Ah. Ja, was ist denn jetzt los? Hier kommt jetzt keiner mehr? Autos. Ja. Kein Problem. Minigun ist total fair. Hebt ihr die doch auf. Ich will da einschießen. Oh, ja, Scheiße. Unsere Rebels sind gestorben. Ich hasse es, wenn die mit Miniguns hier ankommen. Alter, Junge. Oha. Die hat mich voll mit dem Minigun reingesnackt. Alter, ich bin tot. Alter, ich bin tot. Alter, ich bin tot. Alter, ich bin tot. Alter, sind wir alle gerade gleichzeitig gestorben. Das ist aber nicht so geil. Ich snipe einfach mit Minigun. Das ist so. Scheiße. Oh, sind wir scheiße. Fehlgeschlagen. Ich will ne neun. Ich schnipe euch mit der Minigun weg. Ah, wenigstens ein bisschen Geld, ne? Bei mir steht noch nicht mal viel geschlagen. Okay, hier steht's da. Alter, verdammt. Drei Geld haben wir gekriegt. 1400, ey. Geil. Puh, geil. Unnummern geil. Das ist richtig, der Spruch. Ähm. Ich bin für irgendeinen... Äh, aktualisieren. Aktualisieren? Mal wilde Jagd, Alter. Na gut, dann nicht. Wilde Jagd. Jagd. Ja. Ja. Punkt drin. Ja, aktualisieren wir jetzt auch, oder nicht? Bis dann, glaube ich. Bis dann, glaube ich. Oh, Spaß, Junge. Ja, warten wir jetzt halt 40 Sekunden, bis das aktualisiert wird. Oder wir spielen einfach wilde Jagd. Naja, dann nicht. Aber, oder wir spielen wilde Jagd. Ich will erst mal wilde Jagd, Alter. Alter, wie sie jetzt alle nachkommen, ey. Ja. 89% Wertung. Ich sag dir, bestes Rennen überhaupt. Mit Panzern. Cool. Ja, wusste ich nicht, dass dir das gefällt. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Wuh. Wuh. Yeah. Ladebildschirm. Viertelstunde. So. Auf Jobsuche. Ja. Auf Jobsuche, ey. Hör doch einfach auf GTA Online zu spielen, ne. Findest du vielleicht auch einen Job. Eventuell. Ja. Eventuell. Punkt zu Punkt. Motorräder. Erstmal GTA draus machen. Aus. Erstmal, quall da die Lobby verlassen lassen. Hab ich die Lobby verlassen? Ja. Mal wieder. Ey, aber ich bin schon wieder Host. Ja, bist'n Host? Lade mich mal ein, oder alle eher gesagt. Ach so. Aber geht das überhaupt? Ich kann nicht aus der Lobby da rüber joinen, wa? Ja, das geht ja. Ja, richtig geil. Ja, da kommen wir da rüber. Passt geil. Ja, dann komm mal wieder rüber. Wir warten kurz. Guck mal, da kommen auch schon ganz neue, tolle Freunde. Ich glaube, ich schließe die Sitzung mal, weil wenn die Behindert rumlabern, hab ich da gar keinen Bock drauf. Ach, das macht immer am meisten Spaß. Ja. Wenn ich mir von irgendeinem Zwölfegen erzählen muss, wie groß seine Eier sind, das ist auf jeden Fall toll. Suck my balls! Suck my balls! Suck my balls! Boah, das ist ein richtig netter Kerl, du. Der sieht ja richtig toll aus. Das ist voll der Aria auf jeden Fall. Sofasportler. Ich verstehe. Qualle, bist du schon drin? Nee. Nee. Ich bin gerade noch im Ladefugger. Geil. Ich lade dich schon mal ein, ne? Ich dachte, es geht das hier gar nicht weiter, aber nee. Das sind die besten. Du weißt, du hast schon wieder hier ein Streamchat. Ich fick gerade mit meiner Freundin und so. Ich verstehe. Beste. Streamchat. Damit er sich mit seinen Fußballfreunden, mit seinen Sportfreunden darüber unterhalten. Da ist jedes Mal der gleiche drin. Der heißt einfach irgendwie Arnon. Und der trollt aber die ganze Zeit. Das ist, glaube ich, so ein Zwölfjähriger. Er singt dann, Dortmund, Dortmund. Ich hab nichts anderes. Deswegen muss ich über Fußball reden. Puh. Pascal, heute nicht rum wie so ein kleines Mädchen, weil du gar nichts hast. Außer deinen No-Life-Abenden. Abenden? Abenden, Junge. Sag mir, Dan wird mir auf 21 Uhr freitags geteilt. 21 Uhr mehr ist alt. Was? Dann haben wir noch 8 Stunden. Also die Scheiße noch 8 Stunden, deshalb trage ich nicht. So. Hast du mich eingeladen? Ja, sicher. Okay. Ich lade dich noch ein paar Mal ein, weil. Doppelt. Ey, okay. Jetzt hab ich die ganze Zeit diese scheißverdammte, verwixte, scheiß-Hur-Maske auf. Bist dann hässlich, ne? Das ist auch besser, wenn du ne Maske trägst. Oh. 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 Da hat er ganz schlecht, ey. Mach mal die Lobby auf, damit man ein paar Leute hier joinen, damit ich wegschießen kann. Aber die labern dann. Die labern nicht. Die sollen dir besser halten. Ja, kann ich ja leider nicht vermeiden. Los. Ich will natürlich nur zu dritten Rennen fahren. Das ist wie das lame, Alter. Alter, ich will sowas von zu dritten Rennen fahren. Mach auf. Auf? Ich mach die auf und dann starte ich sofort. Ach eng. Ja, ich hab denen die Chance gelassen, ne? Wenn sie die nicht nur aufs Zahn sein, selber scheiß. Ey, das ist doch das Enduro-Rennen, wo man am besten Enduro nehmen sollte. Ist das so? Ha. Kann eh nur die Sandschüssen nehmen. Kann auch ne Blazer nehmen. So. Auf keinen, ich will doch nicht scheiße. Voll egal. Blazer fällt einfach um und so. Schwarz. Ich hab aber diese Schweine-Maske auf. Ich hab auch diese Totenkamp-Maske auf. Willst du es, Zido? Zido, Dido. Auf jeden Fall. Crew-Wichser, ja auf jeden Fall. So. Was geht hier? Aktion. Stack-Essen. Waffe. Mikro-MP. Wollen wir euch dafür? Nicht genug. Auf jeden Fall mehr Munition. Brauchen wir nur 1000 Schuss. Ne. 1000? Krieg ich 1000 zusammen? Ah, ja klar, krieg ich 1000 zusammen. 1000. Erstmal 1000 Schuss in Pascal reinjagen gleich. Ich hab die Schweine-Maske noch auf. Und dann gucken die Ohren so da durch. What the fuck? Das konnte ich jetzt gar nicht sehen. Ich seh das die ganze Zeit. Ja, so genau, so ging das Pascal. So konnte man das machen. Das ist doch mega nice. Warum kann man das nicht mehr machen? Das ist doch voll unnütz, das rauszunehmen. Das war alle. Ja. Ja. Ich bin ein Alke-Pro. Oh, das ist doch scheiße. Ich seh das doch gleich schon wieder. Dann werde ich ja noch voll weggesprungen. Erstmal wahllos. Alter, was mache ich eigentlich? Es soll völlig behindert hingehen. Das ist doch behindert. Ich will nicht umso mehr. Jetzt habt ihr mich voll abgehangen. Wartet mal auf mich. Alter. Ah, wer auch immer hinter mir ist. Das ist bestimmt was geiles. Spasti. Mongo. Das ist das Schwein auf dem Motorrad. Das reichiges Schwein. Wie auch, dass du so den Shark-Maske nehmen kannst. Oh, ich bin der Heide. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich glaube, mein Auto ist von vorne auf uns zugefallen. Ich sehe doch gleich wieder, dass ich von vorne an eins reiche. Okay, echt. Alter, respawn doch einfach. Äh, respawn einfach nicht. Ja, alles safe. Ich gewinn das Ding noch. Du kannst nix. Ich bin so weit hinten, das glaubst du gar nicht. Nein, ich bin untergefallen. Ich war am Anfang nicht mit so'n Schäbeln. Ja, ich bin einer Jalla. Ich bin echt nicht mehr. Ich bin überhaupt nicht mehr.